Freuen wir uns jetzt auf einen Titelkampf im Nitzkirchen. Ich habe ja auch schon gesagt, es macht doch Spaß, ja? Nee, der war eigentlich schon 3-4 Tage, da war ja auch 3-4 Wochen los. Wo ist denn? Ja, 4-3 Tage. Nee, war nicht noch. Okay. Das ist nochmal 2 Wochen, 3 Wochen. Der erste 3-4 Tage hat auch viel Spaß gemacht, ja? Ich bin morgen, nacht, 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 nacht. Own, nacht, nacht. Wie ist denn, wie ist denn so 5 Tage? 9 puisque 5 Tage? Ja, Leute. Wenn man es mir sagt, noch am halben Wochen, ich kenne den jahrelang, wenn man es mir sagt, noch am halben Wochen, die Arbeit ist im Glück, als Arbeiterrechtsloser, was wir nicht durchziehen. Ja. Ja, wurde schreit, ich kenne dich mit einer Arbeit. Du kannst aber deine 1 M1, sagen wir mal Tausender auf der Hand centrale für den anfragen. Der Kind aus der Tür raus, er fährt vielleicht mit dem Bus auf Arbeit oder nicht auf Arbeit. Und seine Oma vielleicht so 150 Euro ab. Und wenn die Oma nur noch gesagt hat, das heißt, er klingt in Englisch. Er hat eine Oma von mir geblieben, wo er bei seiner Oma was gesehen hat. Da war eine Oma von mir. Das kann nichts machen. Das ist halt erst mal noch nicht kapiert. Ja. Was ist das, was man bei einem möglichst auf dem Tisch geht? Na ja, ich hab's jetzt ja doch sauer. Das kann ich schon in der Arbeit gehen. Ich bin in der Unternehmung. Ich bin schon in seinem Hingrad von der ganzen Regelklang. Schon noch cool ist der Junge. Man hat auch sehr interessiert sind. Einfach ganz gerne mit den Händen anzuschwingen. Habe ich jetzt noch nie mit uns geschrecken. Und dann ? Und dann ? Und dann ? Und dann ? Es gibt keine große Zeit, Opa, wo man auch keine erste Warnerschaftsrat oder Sonnenurlaub kriegt. Das ist keine erste Warnerschaftsrat, du kriegst nur bei Mütter, Vater, Schwestern oder Geschwister. Nur da kriegst du auch immer noch, du kriegst auch 150, was gesetzlich ist. Alles was anders ist, Opa, Cousin, Tante, keine Ahnung, das ist zwei Warnerschaftsrat. Gibt's keine Ahnung, was soll das? Oh, halt's mal! Oh mein! Oh meinst du kleine Leute den Beartigen nicht so unterlegen können? Wie lösst du das ganze? Ich mach was der macht dafür, dann verpögen wir noch zusammen. Ohohohoho, heils Maul! Ja, ging ja gut, Junge. Was hab ich gesagt? Der hat voll Brustkorb, Brustkorb. Ich weiß, der hat er aus dem Bauch abgeführt. Volle Bude. Ich hab keinen Leberhaken, Junge. Und das kapiere ich ja nicht. Aber wenn du das sagst, da wo es stinkig ist, der hat gerückt. Ja, aber halt fest. Da soll er sein ganz Leben an der Hunde ausfallen, das will. Ich hab genug Leute, die in den ersten Finger legen wird, das soll das nicht zu vertiefen. Unschweiß. Ja, ich kenne euch die vorne aus der Saal festen. Ja, das geht gut. Ist die. Das ist so geworden. So. Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das denn? Wie ist das denn? Wie ist das denn? Wie ist das denn? Wie ist das denn mit einer какой- chaos einer psychischen Ehrerதung? Wie ist das denn? Wie ist das denn? Ja, ich weiß es nicht. Wie ist das denn? Wie ist das denn? Das ist der Minimale-Kleine, nicht zu unterdenken. Das ist irgendwie alleine in 3 Euro, bis wir die das immer noch selber finanzieren können. Richtig. Wenn du jetzt schon fliegelst, noch mal auf den Unterpunkt, auf einen Sturm setzen, dann bin er jetzt. Was? 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 Oh! 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 Guck mal was damit gemacht! Ja! Das ist quasi vorbei, der Schick! Ah! Ja, erst drücken! Und noch eine Minute. Und jetzt kein Bier. Das war's noch eine Minute. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das ist voll. Voll kleiner auf der 7. Scheiße geil. Als wir mehr auf der Brustkabelle und wenn wir nicht mehr kriegen. Das war's. Jetzt haben wir's auch nicht mehr. Aber leid. Hallo. Am meisten bei ihm angekotzt, wenn es ihm gesagt hat, dass auch ich hab nichts für eine Spetschicht, kommt er an und zu mal abends vorbei. Dann kommt er wieder mal irgendwas mit. Weil ich will mal an, dass es von seinem Opa mal beglebt. Ja, okay. Ich seh's halt nicht mal eigentlich mal im Arsch zu denken, dass ich ihm von selber ausschreibe. Ja. Und bei dir ist was anderes. Ich mein, du weißt, du hast manchmal ein bisschen mehr am Kopf und so. Ja. Aber du schreibst auch immer noch von selber. Weil eben, du musst ja schreiben. Ich hab ihm, letzte Woche hab ich ihm das Beispiel geschrieben. Alter, ich bin zu dir enttäuscht. Brauchst mich noch nicht mehr zu melden. Ja, wenn ich ihn selber schreiben kann, tut mir echt leid. Da tun mir an, ja, was war denn am 12. Und ich sag, wer am 12. Warst du zwar anders bei mir. Hast du nur noch zurückgeschrieben. Aber wenn du zurückschreiben hättest, dass ich das am Anfang geschrieben hab. Ja. Ja. Da kann ich jetzt auch vieles machen. Es gibt schon Zucker. Oder das wissen wir zu lösen. Ganz ernsthaft. Sag, Junge. Hast du mich gemacht? Ne. Geh für das. Ja. Geh für das. Geh für das. Geh für das. Geh für das. Ja. Geh für das. Ja. Ich habe mit den anderen Aufmerksamkeit. Geh für das. Geh für das. Ich glaube, das geht hier jetzt um den Einzelnen.